Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folgeanimation Throwdown Daily Shop News & Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, dann schauen wir doch mal in die heutigen Items rein. Wir haben zum einen wieder mal Mamas Album und Geheimnis-Statulle, da ist nach wie vor der Mythic Stan am Start. Dann gehen wir hier vorne in den Shop rein und gucken mal, was hier so am Stissel ist. Das ist die Lord Griffin Tire Box, die ist nach wie vor unten in den Beschreibungen verlinkt. Da wird alles genau erklärt mit Lord Griffins Akzent nützen Peter, Daughtery Chateau, Dinardate Front, Lois Griffin und Dream Millionaire und diesen ganzen Kombos hier. Dann haben wir die Mag Tire Box. Wegen des Mag Clashes macht jetzt denke ich jetzt in den letzten Tagen noch wenig Sinn, da überhaupt noch was rein zu buttern. Max in Charge, Tom Landrys Baseball Team, Himalayan Observatory, Chinchilla, Dick Wayne, Cuddles, McGriffin, Playlist, Mc und diese ganzen Kombos hier. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach jetzt, wenn überhaupt, dann hätte das am Anfang Sinn gemacht, jetzt nicht mehr wirklich. Mythic, Roger, Pack ist neu hier mit Eggnog, Roger, Daughtery, Chateau, Sack Zentmünzen, Philipp J. Fry und einem Mushu und einem Meister Robert. Ja. Ja, ja, ja. Wäre natürlich cool, wenn man dann Roger rausziehen könnte. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit fast null. Hier haben wir die Baseball Applesauce Box mit Baseball Chris Softball, Player Jerome Todesball, Sportspot 5000, Philipp J. Fry, Chris Griffin, Criss Cross Applesauce, Golfer Amy. Eine Sportsbox, die jetzt momentan wenig Sinn macht beim BGE. Und dann sind wir auch schon in den Daily Combo Masteries angelangt. Wir haben als allererstes den Propaniac Dale. Und da habe ich irgendwas falsch gemacht. Also ich musste mal ganz kurz jetzt hier richtig Propaniac Dale. Da habe ich immer wieder scheinbar überschrieben. So, Propaniac Dale. Hier gucken wir jetzt mal rein. Das ist dieser hier. Das ist ein Dale mit einem Nibbler On The Roof zum Beispiel. Oder mit Rubberneckers. Oder Boys For Now, Turnin' Jeff, K-Pop Video, Barbershop, Vasectomy, Karaoke Khan, Big Mountain Fudge Cake, Oldies With Goodies, Pimp My Sleigh, Nibbler On The Roof, Rubberneckers. Also wir sind ja hier schon bei der Mythic Version genau. Also mit Musikkarten hier. Und dann kommt auf der rechten Seite der Propaniac Dale raus mit, mit Angriffspunkten, wenn eine Combo gespielt wird, mit einer Bombe und mit Gas. Und davon gar nicht mal so wenig. Hier 23 Gas zum Beispiel. Eine 15er Bombe, 22 Angriff, 78 Leben. Das ist schon ziemlich effektiv und wird den Gegner ganz schön wehtun. Also wer den Mythic Dale hat, können sich jetzt überlegen, ob er da 500 Gems oder vielleicht sogar noch mehr reinbuttert. Weil das ist eine gute Combo. Dann haben wir den Jacked Bender. Und auch den schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir einmal den Bender mit... Boah, jetzt weiß ich auch, warum ich die Karte so nicht wirklich bis jetzt in einem Spiel gesehen habe. Das ist ja mit den Manitoba Zigaretten. Jawohl, machen wir mal ein bisschen größer. Manitoba Cigarettes. Dann kommt der Jacked Bender da raus. Auch, also eine grauen Karte, völliger Käse. Motivieren und Gas. Aber ist auch mal ganz schön, mal eine Combo zu sehen, die du sonst nie zu Gesicht bekommst. Optisch gesehen sieht die ja gar nicht so schlecht aus. So, dann haben wir den Sidearm Brian. Und auch das wiederum ist eine Karte, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Gucken wir uns die mal an. Gut, ich habe noch keinen Brian gespielt. Das hängt mit Sicherheit damit zusammen. Dann gehen wir jetzt mal hier hin und maxen den. Und dann gucken wir uns mal an, was dabei rauskommt. Gun for Christmas. Dears with Guns. Und dann haben wir eine Mauer. Und Punch auf der rechten Seite. Ist leider hier in der Epic Brian Version. Weit entfernt von der First Hit Combo. Cat Launcher. Cork Gun. Cat with Gun. Cat Guards. Big Ass Gun. Katana. Trisha Takana. Pantry. Dads. Finger Gun Gale. Fraud Boy Terrorists. Mobile Oppressions. Heat Packing Priest. A Gun for Christmas. Dears. Achso, jetzt sind wir schon bei der Mythic Brian Version. Da sollte ich jetzt dann doch nochmal ganz kurz zurückswitchen auf Fused Ones Level, damit es ein bisschen realistischer ist vom Wert her. Aber auch hier kommen wir, ja gut, da kommen wir 39. Das ist nicht so wirklich First Hit tauglich. 39. Hier 43. Kommen wir so langsam in die Richtung. Da unten mit Cat with Gun ist es schon interessanter. Da haben wir 51. Das ist schon fast Mythic Luis Niveau. Und also von der Lebensanzahl meine ich, die man treffen müsste, um die gleich Down zu bekommen. Hier 49 mit Mobile Oppression. Und da sind wir bei 54 bei Heat Packing Priest in der Mythic Version. Ja, allerdings das ist auch wieder relativ unrealistisch, weil beide müssten schon gelevelt sein. Sehr unwahrscheinlich, das hinzubekommen. So ohne weiteres zumindest. So, seid arm Brian. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann sind wir beim Uncle Teddy. Und der Uncle Teddy ist das da. Das ist hier ein Teddy. Und da haben wir eine Slurm. Ja, brauchen wir nicht darüber zu reden. Das Ding lohnt sich nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Aboniert den Kanal. Und schreibt es sich mal wieder an, wenn es wieder heißt. Das ist Emotion Throw. Da mit mir immer gleich. Haut rein. Macht's gut bis dann. Und tschüss. Ich freue mich auf euch.